Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Moneymaker. Ich bin jetzt hier schon natürlich gespannt, wie viel Geld wir jetzt bekommen haben. Was? 4 AE. Wir haben jetzt auf dem Kontext stand 41,94 AE. Das ist extrem viel Geld. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Moneymaker. Abonniert natürlich jetzt gleich mal gerne den Kanal. Es haben nämlich 86,6% die Videos gucken nicht abonniert. Sorry, es geht nicht. Das können wir nicht so lassen. Jetzt mache ich einfach mal den Shader aus. Und, ah, so wie Minecraft aussieht. Und wir müssen Gummistiefel kaufen. So, guten Tag daher. Okay, wir haben jetzt hier alle Effekte aktiviert. Ihr habt es schon gesehen. Es ist nicht so wie in den letzten Folgen immer, dass ich immer so zack, 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 zack. Sondern es habe ich jetzt einfach mal komplett rausgeschnitten, weil wir nämlich 22 Minen... Ach, diese Halo, ne? 22 Minen Arbeitsplätze. Das heißt also, es wird irgendwann nervig. Und es geht irgendwann aufs Ohr für euch. Das ist mir beim Schnitt immer aufgefallen. Deswegen mache ich das nicht mehr. Aufgabenfahrt hat sich wieder resettet. Das heißt, also wir kriegen wieder neue Achievements. Ja, ich glaube, wir deaktivieren einfach mal diesen Halo da. Heiligenschein wurde deaktiviert. Das war ganz toll. Aber ich glaube, wir lassen den uns heute mal an. Als letztes Mal. Wir haben ja erst eine letzte Folge bekommen. Deswegen lassen wir den einfach einmal da. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt erstmal alle Booster. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Booster. Aktivieren jetzt hier mal. 1120 Prozent. Und ich würde sagen, wir können einfach mal hier die Aufgabe gleich abschließen. Oh. Oder auch nicht. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Farminghöhle. Und farmen extrem animativen. Oh, oh. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich habe das Geld doch gar nicht ausgegeben. Oh nein. Oh, ich bin heute echt. 8 AE kostet das nur. Oh. Fuck. Können wir das bitte so schneiden, dass ich es bitte synchron mache? Wait a minute. 138 AE. Und da müssen wir auch. Wir müssen hier allgemein mal alles hier voll leveln. Aber eigentlich würde ich das nochmal gleich ausnutzen. Ich glaube, das macht jetzt sogar erstmal mehr Sinn. Wir verbessern den Arbeitsplatz. Aber erstmal perfekt aktivieren. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. 10 Mal verbessern. Also ich habe jetzt nicht viel verbessert. Level 11 jetzt. Und wir machen viel, viel mehr Geld. Dann machen wir den anderen Ertrag. Arbeitereien. Gut, und dann können wir jetzt endlich auch mal in die Farminghöhle gehen. Let's go. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bevor ich jetzt hier hinten mal wieder was kaufe, wir aktivieren jetzt hier erstmal Arnie. Ich glaube, nee, wir kaufen erstmal, ich glaube, schlauer. Oh. Oh. Ui. Wir brauchen AF als nächstes. Und hier brauchen wir, oh. Und wir sind sehr, sehr bald am Ende schon, ne? So, jetzt aktivieren wir erstmal den Effekt und verbessern ihn erstmal zehnmal. Oh mein Gott. Okay, wir kriegen sehr, sehr, sehr viel Geld raus. Und Gott. Und wir haben kein Geld mehr. Nee, oder? Ja, wir haben kein Geld mehr. Ach, man. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt einfach nochmal alle Effekte, ne? Schadet ja mal nicht. Ich habe jetzt hier auch einen Auftrag erledigt. Das heißt, wir können jetzt hier 5000 Mal Idle Cash machen. Und jetzt haben wir wieder etwas Geld. Und jetzt einfach mal toi, toi, toi. Ja gut, jetzt haben wir es geschafft. In der nächsten Folge werden wir aber weitermachen. Und es wäre jetzt auch die zweite Folge und die letzte Folge mit Halo. Hier, da oben, da. Ja, das war es mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lass dir immer eine positive Bewertung da. Abonniere den Kanal. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Resttag. Fülling.